Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play League of Legends und diesmal ist es was anderes, was so zwischendrin immer und zwar bin ich durch den Warbase, der das Spiel nach langen überreden jetzt auch spielt, darauf gekommen, dass man auch gegen Bots spielen kann, ich hab's digitalen, keine Ahnung warum und ich find's eigentlich ganz lustig zwischendrin mal und ich hab einfach mal die 3er Map Bots genommen, Akali auf leicht und wir spielen jetzt einfach mal gegen die Bots, ich spiel eigentlich immer noch auf normal, aber ich hab's immer noch auf normal, aber ich hab's immer noch auf normal, leicht, weil ich kurz den Zeitraum überbrücken wollte und, ähm, starten mich, ich nimm's einfach mal auf und kann damit Akali ein bisschen trainieren und wir kaufen uns gleich mal empfohlen, hab ich da sicher für Akali eine, genau, hab ich doch, ähm, wir kaufen uns erstmal das hier, dann noch einen dicken Wälzer, noch ein Ding, so, verstanden, dann geht's los und probier mal aus, wie das jetzt ist hier mit Akali, Willkommen im gewonnenen Wald Sakit, 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 keine Ahnung Schreite sachte So, ich mach's die Top, die machen die Bot Und dann schauen wir mal, was das hier wird Ich find's auch geil, dass man hier so den Kreis so sieht, ich weiß nicht, ob jemand vor euch schon mal gegen Bots gespielt hat, ich mach's wie gesagt, gerade nochmal so, vielleicht krieg ich, ich muss gar nicht sagen, Akali ist nicht mein Champ, ich hab jetzt schon ungefähr 40 Spiele mit Akali gemacht und ich habe kein Spiel hätte ich von meiner Seite aus gewonnen Es gab auch mal so Spiele, wo ich dann zwischendrin eine Menge Kills gemacht habe, aber dann am Ende des Games wieder schlechter geworden bin Ich weiß nicht, ich krieg irgendwie, ich, ich würd's gern können, ich find Akali als Champ übelst genial, wie die durch die Gegend rascht und dann alles blatt macht und so Aber ich persönlich geh selbst nicht hin, mit Akali zu spielen, ich weiß nicht warum Es gibt irgendwelche Gründen, die mir unerklärlich sind, oder ich würde schon mal ein Reich spielen Da ging zwei sogar, ach du scheiße Na gut, dann lädde ich zumindest schöner als die Boah So Was auch immer nötig ist Okay, da kommt der Ah, der ist Komm, 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 komm Nice Nice, oh, was geht das hier? Ja gut, die sind doch leichte Kann man, glaub ich, nicht mehr erwarten Nicht weniger erwarten Die Altäre können in notwendigen Sekunden angenommen werden La 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 Da nehme ich natürlich gleich die Altäre ein, um schnell vorerst zu kommen Hier So, hier muss ich was hier noch Und da hat 14 Niederlage Autsch, das war schon irgendwie klar Mit dem Level sollte man vielleicht noch nicht unbedingt Ohne Frage Ich bin da So 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 bleib konzentriert oh mein gott oh mein gott ich nehme mal ein altar ein wir haben meine heiltränke noch wirken und trinke ein stückchen kaffee dabei den ich vergessen habe zu süßen ich nehme die erste attack gleich mal ein schade 4 1 dann hole ich mir jetzt gleich mal hier den zaubermann hier würde ich mir erholen aber das kann ich mir genau kaufen deswegen hole ich mir noch einmal davon also wenn ihr wirklich tipps für akali habt schreibt unter die videos ich brauche unbedingt wo die schnale 5 wenn man bei bei wenn man dagegen eigentlich kämpfen geht ja macht sich dauernd wahrscheinlich Die geht ja down down downer am down down downsteam. Sooo. Ah, den krieg man, komm, den krieg man, den krieg man, den krieg man, den krieg man. Nein, schade. Ah, hier muss ein Drang schocken erstmal. Ich heile mich jetzt hoch mit Zaubervampir, das ist ziemlich gut jetzt. Ich höre das drauf, dann höre ich das drauf und dann höre ich mich mit den Zaubervampir hoch, ihr seht schon. Mit der Drang wirkt jetzt gerade auch noch mit. Ah, lass mich in Ruhe. Ich heile mich jetzt immer schärfen. Bleib konzentriert. So, okay, muss ich mal ganz von Spiro zurückziehen. Geschwind, ich reise. Oh, ein Heal-Buff. Nice. Sooo. Einverstanden. Schade. Schade. Statt sie rett mich weg. So ein bisschen leveln hier. Ja, ich soll weggehen, mein Gott. Wir spielen gegen, wir spielen gegen. Vier. Vier. Der braucht dann wirklich nicht. Aufstand machen. Sooo. Lass ich's dir mal wieder leveln. Oh mein Gott, kein Ficks. Oh, hat der Entschwein. Ein Gegner wurde getötet. Verstanden. Würdest du damit auch können? Ohhhh. Nein. Auatsch, das hat weh. Ähm. Und die Ari hoch. Auch ging zwei als wahrscheinlich. Wo hat's er noch geschafft? Ari. 300. Ich hab mehr Killz als Ari. Aber sie ist halt im Level höher als ich. Und hat sie auch schon. Dass ich jetzt versuchen zu bekommen. Okay, die erstmal lackieren. Und dann, wenn wir mal schauen. Ich bräuchte Hilfe. Nice. Unendlich hab ich geült hier. No 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 no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schade. Hat einer was geworden. No 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 no. Woow. Woow. Schreit sachte. Hihe hi. Das Kitai não. sowohl okay das schafft er nicht mehr oh komm doch mal er wurde getötet äh verursacht 150 bis 902 ich meine schaden verringert das lauf der boot des champions im ziel von 20 sekunden lang also seht ihr die spiele halt extrem aggressiv mit akali was vielleicht nicht immer gut ist aber andererseits sagen wir viele von akali extrem aggressiv reingehen soll und hat sie 50 und ich 63 jetzt holt sie sich noch weil die jetzt vorrennt ich würde mir so gern ari holen ich habe geliebt ich habe mir da jetzt gerne das groß gehabt aber ari ist so teuer komm her jetzt gehen die beiden weg das heißt ich gehe mich leveln aber wir sind hier ja ich habe mir den könig weg ich habe mich nicht mehr ziel dann dann ich bin du Euer Team hat einen Turm zerstört. Wieso muss ich denn hier? Euer Team hat einen Turm zerstört. So. Hilfe, lass mich mal ruhen. So, bisschen aufheilen hier. Gut, das hat nicht ganz so funktioniert wie ich gedacht habe. Ja, komm her. Ja, endlich. So nochmal. 7-3-2 habe ich. Die Ashes da oben. Ach, die ist schon bis dahin vorgedrungen oder was? Ach du meine Güte. So schnell, ich bin am niedrigsten gelevelled. So. Ach du was? Ich bin am Gedanke. Oh, das war der... Achso. Stimmt, es gibt ja gar nichts wie die Türme hier. Ähm... Was ist denn das hier? Das klingt doch gut. Was ist denn das hier noch? Unentschlossenheit führt zur Niederlage. Ey, wollte ich ja, ich kaufe. Also hat Sack jetzt gerade geschrieben. LOL. So, es steht 20,5 und ich glaube alle fünfmal war ich ja... ne, viermal war ich. Wie gesagt, ich bin mit Ari echt... äh mit... Boah, ich find Ari, ich find den Chef Ari so genial, Mann. Ich find den so genial. Ich möcht die auch haben, ich möcht sie auch haben. Jetzt stimmt Ash, weil sie reingeht. Ich hab gar keine Schumpf, weil sie wegzurennen gleich. Oh, kann nicht sein, ey. Ich möchte nicht alles an Ulises, was ich habe und dann kriegt sie wieder, denke. Ja, also... So... So... So, dann haben wir hier nochmal alles drauf. so... 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 So, dann kommt die nächste... So, dann kommt die nächste... und die sonne geht erneut das war mal ein kleines abstecher in den modus wenn ihr das öfters mal haben wollt schreibt einfach rein wenn ihr mal ein paar bots sehen wollte auf mittel kann ich auch gerne kämpfen aber ich werde akali wahrscheinlich so oft nutzt weil ihr seht ich bin mit akali echt nicht gut wenn ihr tipps zu akali habt ich würde gern besser werden mit dem champ ich habe jetzt extra deswegen gekauft und ansonsten adios und bis zum nächsten mal